Hast du schon gehört? Beendet Haft Befehl seine Rap-Karriere? Auf Barber Hafts aktuellem Album Mind Park Baby sind in einem Track ein paar Lines versteckt, die Fans aufschreien lassen. Ich schmeiß das Mic hin und nimm für meine Kinder Zeit. Ich hab die Sprache verändert, hier mein letzter Track. Hafti feiert und lebt Rap. In der letzten Zeit hatte der Rapper häufiger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Doch will er jetzt wirklich seine Rap-Karriere an den Nagel hängen? Was glaubst du? Schreib's in die Comments. Für mehr Rap-News mach das Plus weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.